Ich bin Lena und ich mache eine Ausbildung zur Kaufraum E-Commerce bei Rapunzel Naturkost. Ich kümmere mich im Online-Shop um die Bestellungen und telefoniere mit Kunden, wenn die Probleme haben oder ich beantworte auch E-Mails, die von Kunden kommen. Die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen, die ist total toll. Ich habe auch das Gefühl, dass ich jederzeit Fragen stellen kann, wenn ich irgendwie Hilfe brauche und dass da auch immer jemand da ist. Wir arbeiten auch mit der Marketingabteilung zusammen. Dort besprechen wir, was für Aktionen wir machen wollen, wie diese aussehen sollen und stellen die dann auch bei uns auf dem Online-Shop ein. Alles, was man bei uns im Online-Shop sieht, habe ich eingestellt. Ein Teil der Ausbildung findet auch in der Logistik statt. Dort lerne ich alles über den Versand unserer Produkte. Ich bin quasi dafür zuständig, dass ich bei uns im Online-Shop alles abwickele, von der Bestellung über die transportsichere Verpackung bis zur Übergabe des Pakets an DHL, damit das Paket dann am Ende beim Kunden ankommt. An meinem Job gefällt mir besonders gut, dass man relativ viel Abwechslung hat. Ich finde, dass es ein sehr moderner Beruf ist, zu dem man auch einen Bezug hat, weil heutzutage ja jeder online bestellt und es ist auf jeden Fall auch ein Beruf, der immer gefragter wird. Es gibt viele verschiedene Gründe, warum ich gern bei Rapunzel arbeite. Einer davon ist die Hofwoche. Da fährt man als Azubi eine Woche lang auf einen Biobauernhof, damit man auch mal sieht, wie Bioprodukte angebaut werden und sie eben nicht nur verkauft. Da freue ich mich schon drauf.